Auszeichnung für zehn Bahnnehmerbürger. Anlässlich des Jahresempfangs des Landkreises hat Landrate Bodo Irke am vergangenen Freitag zehn Bahnnehmer für ihr Engagement ausgezeichnet. Unter anderem wurde Matthies Oberhof aus Wandlitz für sein Engagement und seine Zivilcourage für die Wandlitzer Asylbewerber geehrt. Durch sein Engagement habe sich die Stimmung in Wandlitz erheblich zum Positiven verändert, sagte Landrat Irke.